Hier sind alle Sender in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin, angeschlossen Radio Saarbrücken. Wir übertragen aus dem Wanddorfstadion in Bern das Endspiel um die Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und Ungarn. Reporter ist Herbert Zimmermann. Anstoß, Lederholt, links außen, rechts außen, zurück zur Mitte. Pau, Treppel, Treppel, geht noch an, Achtung, Petermann, Treppel, 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 Schuss, Abseits, Abseits, Schieß in Stadtglieder, Schussmann, Platte, Schieß in Stadtglieder, Achtung, Wählpass. Wir wollen jetzt den Scherz-Josie, den Scherz-Josie, Schuss, Kachschuss, Tor, 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 1-0, 1-0, Tor, 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 Wunderbar, 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 ein wunderbar Schuss, ein wunderbar Schuss, ein wunderbar Schuss. In die linke Ecke, in die linke Ecke, in die linke Ecke, immer wieder bockschig, der rechte Läufer, der Ungarn am Ball, er hat den Ball verloren, diesmal gegen Schäfer, Schäfer nach innen beklangt, Kopfball, abgewährt, aus dem Hintergrund müsste er anschließen, das schießt, Tor, 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 Tor Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier sind alle Sender in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin angeschlossen Radio Saarbrücken Wir übertragen aus dem Wanddorfstadion in Bern das Endspiel um die Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und Ungarn Reporter ist Herbert Zimmermann Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017